hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft to the stars zusammen mit der lieben tai hallo und leider nicht mehr dabei aufgrund von es ist schon spät heute die arme orangikotangi die jetzt nicht mehr dabei sein kann aber wir haben uns ja aufgemacht auf dem weg ins ende und ja das ende ist nah also hoffen wir zumindest zumindest sagt das ende auge wir sind hier richtig und sollten uns jetzt mal noch also runter buddeln ja wir müssen runter ja dann lass uns nicht lass uns doch dann von direkt hier runter buddeln ja man kriegt nur nicht gerade unter das mache ich ja nicht ich grab uns schräg nach unten fackeln habe ich ich auch ich würde uns dann so im kreis nach unten buddeln wenn du nichts dagegen hast okay so ich bin gespannt ich habe so was noch nie gesehen ich bin richtig aufgeregt ich hoffe der platz reicht dir von der breite her ich bin nicht derjenige der probleme hat durch 1 breite türen zu kommen bisschen hallo ich schaue auch gerne ein bisschen immer auf die karte ich habe genau die stelle markiert und das auge runter gekommen ist wenn der dungeon unten ist sollte da etwas größer sein die müssten wir theoretisch finden und der ist relativ weit unten okay du kannst ja die restlichen ressourcen die sonst noch so findest und mitnehmen möchtest gerne abbauen wenn dir danach ist ich würde uns erst mal runter krass es ist für mich echt das erste mal du hast es einmal schon gemacht na ja ok also wenn ich am grundgestein bin nämlich zu weit oder ja dann müssen wir da unten noch irgendwo ein bisschen orientierungsgraben machen das ist aber eine mine willst du sie dir markieren na ja ich glaube dass ich mir merken kann dass sie da ist wo das entsteht so ich muss jetzt einmal gucken ich stehe noch nicht auf dem auge dahin dahin ich kann gar nichts mehr tragen man ich mache dass ich was tragen kann die dumme na ja egal jetzt stopfe ich alles rein ich habe ein brot rot ist doch gut so dahin ich glaube schon warte wo ist jetzt mein adler also grob die richtung ja 22 das ist glaube ich sogar noch zu ich mache schon aber schon spannend auch meine miene zu finden aber ich werde mir aber nicht merken können dass seine mine ist gold gold ist gut was sagt denn der atlas ja darüber noch so das nervt mich hier ich bin total voll ich bin komplett überfüllt ich muss auch diese hässlichen steine aufsammeln irgendwie weiter runter müssen wir definitiv nicht nein nein aber hier wo ich hier stehe müsste es sein ja irgendwo gehen denn hier wir müssen jetzt hier orientierungsgraben machen in alle möglichen richtungen okay dann ich klump mal kurz mein inventar aus weil es geht mir ja mächtig auf den keks ohne witz weg mit dem dreck so dass weg das braucht kein schwein hier tschüss hier weg 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 das kann bleiben so das ist das 8 lithium ärzte das ist gut wie weit muss man so graben im schnitt soll ich sonst noch eine perle werfen hier unten ist doof oder hier unten könnte es doof sein ja wir graben jetzt einfach mal in alle richtungen ein paar meter und schauen dann eben entsprechend weiter hier sind bei dir ein paar meter weil ich will auch nicht falsch machen jetzt oder sonne da kann ganz ehrlich viel falsch machen das ist jetzt einfach ja unten rum graben und hoffen das unten rum graben ja ich weiß nicht was du dabei schon wieder denkst ich höre ein zombie kein schlechtes zeichen ja das dachte ich auch gerade wo ist er ist er über mir das kann jetzt auch gut sein dass wir eigentlich schon zu tief sind ganz ehrlich habe ich fast die vermutung ich höre ich mal wo der zombie ist hier so ich höre eine fledermaus ich würde mich sonst mal minimal nach oben buddeln an der sieht ich habe ihn das ist gut ich hole dich ich würde vorschlagen dass wir uns aus dem land schräg nach oben buddeln damit wir dann draußen einen eingang haben den wir dann markieren können was hältst du davon jetzt müssen wir erst einmal hier neben dem dungeon auch das portal ja vorsichtig sind fallen drin was hier in diesem dungeon können fallen drin sein kann man die tür nicht öffnen doch knopf hier geht es nicht weiter tja das ist so das problem an den dungeon warum weil man den richtigen weg finden muss ach so wie ja dann würde ich sagen wir markieren den weg einmal her die blöde futtermaus ich höre irgendwas krankes ich habe ein bisschen angst oh nein also ich setze die fackeln jetzt immer rechts das schwankt ja allerdings also hier eher nicht so ne da bin ich hinten rum gegangen ne da auch nicht dann gehen wir mal hier hoch oh gott danke was ich tschuldigung ja natürlich du hast mich angezündet tschuldigung ich habe jetzt kein wasserhämmer dabei also du hörst gleich auf zu brennen ja wenn ich tot bin oh nein ich kann nicht mehr essen scheiße ok ok warte wir haben wir noch einen ersatz kompass na äh 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 ähm ich markiere dir das hier gleich es ist doch markiert ach so ich werde jetzt deine Sachen aufsammeln scheiße ey es tut mir schrecklich leid warum ist das hier auf dem atlas nicht was ist das für warum haben wir ein artik atlas 2 da unten drin weiß ich nicht irgendwer hat kopien falsch gemacht ich schwöre dir bei gott ich weiß diesmal echt nicht so ich nehme jetzt deine sachen mit dann wurde ich nicht hoch ich muss nur einmal das zeug entklumpen warte ähm weg 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 scheiße was kann denn noch weg den atlas 2 den können wir demnächst mal vernichten weil es ist ja dann die ganzen cobblestone kannst du äh ich wir haben keinen ähm leeren atlas mit was ach moment ich muss irgendwelche sachen wegwerfen das muss ich jetzt hier wegwerfen das muss weg ist da noch Platz in deinem rucksack ja ja oh mein gott hier ist so viel scheiße los ich habe ganz doll angst ich wurde mich gleich einfach nach oben und dann komme ich zurück ja scheiße ich nehme jetzt auch dein kaffee mit gut hau ab du hässliche spinne warum ist sie denn so grün okay ich glaube ich habe deine okay ich wurde mich jetzt hoch schräg nach oben ich habe dann weil schon mal einen neuen leeren atlas gemacht aha damit wir danach wieder eine kopie vom richtigen atlas irgendwo haben das ist äh oh ich habe gerade echt ach scheiße ich habe ich habe sorgen okay wurde ich mich hier hoch weg von dieser blöden mine hier ist immer noch mine oder was machen wir das jetzt so okay gut und was mache ich jetzt ich weiß es nicht ich habe angst ja da ich kann dir von dem her nur mut machen ähm du bringst dir alles um in deiner näheren umgebung das ist also überhaupt kein problem für dich zurück zu kommen aha oder war das jetzt kontraproduktiv ich weiß gerade gar nicht sorry ich versuche erstmal aus dieser hässlichen mine raus zu stefan es tut mir so leid ey ich versuche jetzt erstmal aus dieser mine raus zu kommen weit weg von den viecher geräuschen ey ohne witz hier ist ja noch eine höhle ey nie danke tschüss ähm toll wie soll ich hier raus kommen ich will nicht in so eine kack höhle rein ey mein hammer gibt auch bald den geist auf wir waren aber schon mittlerweile über dem dungeon irgendwie ja den dungeon müssen wir halt mal vollständig durchsuchen irgendwo da drin ist das portal ins england toll am besten ohne uns gegenseitig zu tun dabei schnauze das war keine absicht ja natürlich war es keine absicht es wäre noch schlimmer wenn es absicht gewesen wäre und ich habe extra nach vorne geschossen ja aber du bist ich weiß nicht ob du einen schritt zurück gegangen bist dabei oder was da passiert ist ich weiß es auch nicht ey es tut mir leid ach ich bin ein mörder ey was war das was war das was ist das warum wow 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 was denn silberfische ja die gibt es da unten zuhauf ich warum jetzt so viele auf einmal hallo ich sterbe gleich das ist nicht gut ja richtig weißt du vorher noch nie was von gesehen oder gehört und jetzt sind die da ja ich hör die doch hässlichen kackviecher ey die silberfische gehen teilweise dann auch wieder in den stein rein und korrumpieren den nächsten stein sobald du den wieder abbaust gehen sie entweder auf dich los oder sie verbattelt sich wieder im nächsten stein auf jeden fall machen die einiges kaputt an stein und an erzen auf die sollen mich bitte einfach nur in ruhe lassen ich hab nicht gesagt komm her in der nähe von dem dungeon sind glaube ich auch spawner von dem her je dichter wir an große gruppen von zombies rankommt desto ja ich bin schon lange weg von da ja ja wollt ihr bloß sagen da wo wir waren das könnte die richtige richtung gewesen sein im dungeon weil da ja zusätzlich oder mehr zombies dann waren ja ich bin neben lava ey das ist doch echt ein traum ey wie komme ich denn hier raus wenn es hell wird ist es zu spät was wenn es hell wird ist es zu spät dann wird es wahrscheinlich lava sein also aber ich sehe ja eigentlich die lava von der decke runter tropfen ne ja ich bin nervös ne du könntest ja theoretisch sogar schon auf einer höhe sein wo dich die lava jetzt eigentlich äh wo eigentlich keine größeren lava becken mehr sein sollten meine garantie gibt es natürlich dafür keine ob ich jemals nach hause komme ich weiß das nicht das wäre doch sehr wünschenswert ja ich habe nämlich dein stuff ja naja es ist ja auch meine pflicht weil ich meine ich habe dich herum gebracht aber ich habe einen kaffee aber ich habe einen kaffee ob Tytarren den weg nach hause findet oder nicht das erfahrt ihr dann beim nächsten mal die zeit ist nämlich leider schon wieder rum was naja so schnell kann es gehen man ermordet seinen kameraden und schon ist die zeit vorbei in dem man versucht ihm sein wertvolles zeug zurück zu bringen äh ne alles gut also ich denke mal Tytarren wird es schaffen ähm ich würde jetzt sagen wir können eine wette machen aber die folgen gehen weiter von dem hier macht wette die wirklich viel sind äh ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder bis dahin und tschüss bis bis